Wir haben uns mit Hilfe von VBA automatisiert einen Report generiert und die darin enthaltenen Daten, die möchten wir jetzt gruppieren. Dazu müssen wir wissen, wie wir Spalten und auch Zeilen gruppieren können und die Gruppierung auch wieder aufheben können. Wir müssen wissen, wie wir Gruppierungen einklappen und auch wieder ausklappen können. Und all das soll auch funktionieren, wenn der Blattschutz aktiviert ist. Und genau das schauen wir uns in diesem Video an. Also, los geht's! Hallo und schön, dass du hier bist. Wir starten in einer Excel-Datei, in der Daten vorliegen, die wir auch gruppieren möchten. Und dazu gehen wir direkt mal in die VBA-Oberfläche. Wir schieben den VBA-Editor nach rechts und die Excel-Oberfläche nach links, sodass wir beides gleichzeitig sehen. Jetzt machen wir einen Rechtsklick aufs VBA-Projekt, einfügen und gehen auf Modul, sodass ein neues Modul eingefügt wird, wo wir auch unseren Code hinterlegen. Hier schreiben wir SUB für Sub oder Prozedur und die Prozedur heute nennen wir Gruppieren. Und jetzt möchten wir zuerst mal Zeilen gruppieren. Dazu schauen wir nochmal in unsere Daten. Wir möchten die Zeilen 3 bis 7, die möchten wir gruppieren. Die sprechen wir an, indem wir zuerst mal aufs Tabellenblatt gehen. Der Codename des Tabellenblatts, das ist der linke Name im Projektexplorer, der heißt Tabelle 1, Punkt. Und dann gehen wir dort auf Rows, also die Sammlung aller Zeilen. Wir gehen hier auf Klammer auf, Anführungszeichen 3 bis 7. 3 bis 7 stellen wir in VBA mit 3, Doppelpunkt 7 da. Anführungszeichen, Klammer zu, Punkt und jetzt Group. So, das Ganze führen wir mit F5 aus und dann sehen wir, dass die Daten bereits gruppiert worden sind. Wir haben jetzt mehrere Level, davon gibt es insgesamt 8 Stück, also 8 Level können wir anlegen. Wenn ich auf die 1 klicke, dann wird das Ganze eingeklappt. Bei der 2 werden die Zeilen jetzt wieder eingeblendet. So, diese Gruppierung, die möchten wir auch aufheben können und das schreiben wir mal in unserer Prozedur am Anfang. Wir sagen jetzt hier, wir möchten die Gruppierung aufheben oder entfernen. Das machen wir auch über das Tabellenblatt, Tabelle 1, Punkt. Hier gehen wir auf die Sammlung aller Zeilen und dann sagen wir hier schlicht und einfach Punkt Ungroup. Ganze testen wir jetzt, indem wir unseren Code Schritt für Schritt mit F8 durchgehen. Wir springen in die Prozedur und wenn jetzt Gruppierung aufheben, diese Code-Zeile ausgeführt wird, dann sehen wir, dass die Gruppierung wieder verschwindet und dann gruppieren wir das Ganze ja wieder in der Prozedur und dann sehen wir das links auch. Jetzt habe ich ja schon gesagt, es gibt bis zu 8 Level, die wir gruppieren können, sowohl bei den Zeilen als auch bei den Spalten. Und das wird relevant, wenn wir eine Zeile mehrfach gruppieren. Ich zeige damit einmal, was ich meine und zwar sagen wir hier beim Zeilengruppieren, wir gruppieren nochmal Tabelle 1, Punkt Rows und jetzt gruppieren wir mal 9 bis 13, Punkt Group. Wir führen unseren Code aus, der hebt ja erstmal die Gruppierung auf und setzt dann die neue Gruppierung. Jetzt haben wir weiterhin nur 2 Level und zwar liegt es daran, dass die Zeilen hier nicht überlappend sind. Das heißt, wenn ich auf 1 klicke, dann sehen wir noch die Zeile 8 und die Zeile 14. Wir passen unseren Code mal leicht an und sagen, die zweite Gruppierung soll auch bei der Zeile 3 beginnen. Wir führen das Ganze aus und jetzt haben wir 3 Level. Wir haben insgesamt also 3, dort sehen wir jetzt alles. Wir haben 2, da wird die erste Gruppierung eingeklappt und bei 1 werden die anderen beiden, also 1 und 2 im Prinzip, werden eingeklappt. Okay, mit unserem Ungroup-Befehl heben wir immer nur das letzte Level auf. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal reingehen, ich führe das mal aus, dann sehen wir, verschwindet nur das erste Level. Die anderen beiden Level kommen dann nach vorne und wir müssen diesen Ungroup-Befehl dann mehrfach ausführen, wenn wir mehrere Level auch entfernen möchten. Das können wir einmal machen. Ich gehe hier mal auf Zurücksetzen. Jetzt sage ich hier oben nochmal Tabelle 1.Rows.Ungroup. Das wird uns jetzt gleich einen Fehler geben und den beheben wir auch gleich. Wir gehen einmal mit F8 das Ganze durch. Jetzt haben wir gerade nur 2 Level. Wir ungroupen das einmal. Wir heben also die Gruppierung auf. Das ist jetzt weg. Jetzt möchten wir das nochmal machen, aber es gibt aktuell keine Gruppierung mehr. Und das führt dann zu einem Fehler, den wir abfangen möchten. Das machen wir, indem wir vor diese Ungroup-Befehle OnError Resume Next schreiben. Das ist eine sehr mächtige Codezeile, denn alle Fehler, die jetzt auftreten nach dieser Codezeile, werden einfach übersprungen und werden uns nicht mehr als Debug-Fenster ausgegeben. Das heißt, wir müssen direkt nach den Ungroup-Befehlen sagen, OnError, GoToZero. Und das stellt unsere normale Fehlerbehebungsreihenfolge dann wieder her, sodass unser Debug-Fenster wieder auftritt. Okay, so können wir das Ganze jetzt ausführen und dann werden hier oben auch zweimal die Zeilengruppierungen aufgehoben und dann wieder gesetzt. Wunderbar, wir möchten das nicht nur für die Zeilengruppierungen machen, sondern auch für die Spaltengruppierungen. Und dazu kommentieren wir die beiden Codezeilen einmal aus. Das mache ich hier oben auf den Button. Falls du diese Symbolleiste nicht siehst, dann geh auf Ansicht, Symbolleisten und das ist die Bearbeiten-Symbolleiste. Hier ist der Blog-Auskommentieren-Button dabei, sodass wir auch mehrere Zeilen Code gleichzeitig auskommentieren können. Okay, das mache ich hier jetzt mal und dann sage ich Spaltengruppieren. Wir gehen in unserem Code auf das Tabellenblatt, Tabelle1.columns und Klammer auf, Anführungszeichen. Wir starten in der Spalte D bis zur Spalte O, Anführungszeichen, Klammer zu, Punkt Group. Mit F5 führen wir das einmal aus. Die Zeilengruppierung, die wurde jetzt aufgehoben und jetzt haben wir eine Spaltengruppierung, die wir hier sehen, die wir auch einklappen können und wieder ausklappen können. Jetzt möchten wir Spalten nicht immer über den Buchstaben, also die Bezeichnung der Spalte gruppieren, sondern auch manchmal über die Spaltenzahl. Das hilft uns dann, Code dynamisch zu machen, wenn wir zum Beispiel die ForNext-Schleife benutzen und dynamisch unsere Spalten auslesen möchten, die wir gruppieren möchten. Und das können wir auch noch machen und gucken wir uns direkt auch einmal an. Ich kommentiere das hier aus. Wir gehen dann auf Tabelle1.range. Wir gehen also auf einen Zellbereich und sprechen jetzt zwei Zellen an, nämlich die Zelle in der linkesten Spalte und eine Zelle in der rechtesten Spalte von dem Zellbereich, den wir jetzt gruppieren möchten. Wir sagen hier Tabelle1 nochmal, Punkt Cells. Wir gehen in eine beliebige Zeile, ich will jetzt mal die erste Zeile, denn wir gruppieren ja jetzt gleich Spalten, da ist die Zeile dann nicht relevant und wir sagen, wir starten in der vierten Spalte, das ist also die Zelle D1. Dort starten wir, Klammer zu, Komma und die Spalte rechts soll auch auf Tabelle1 sein, Punkt Cells. Wir sagen jetzt hier auch nochmal 1,4. Ich mache den Projektexplorer mal ein bisschen kleiner. Und jetzt nutzen wir die Punkt-Offset-Methode. Mit der Offset-Eigenschaft können wir eine Zelle oder einen ganzen Zellbereich verschieben, nach rechts, nach unten, nach oben oder links. Und wir sagen jetzt, wir möchten das 0 Zeilen verschieben, also nicht nach oben oder unten, aber nach rechts und zwar 10 Spalten weiter nach rechts, Klammer zu, nochmal Klammer zu. Und dann sagen wir hier mal Punkt Group. Wichtig ist auch die alte Spaltengruppierung, die möchten wir jetzt einmal aufheben. Dazu schreiben wir oben nochmal Tabelle1, Punkt Columns, also die Spalten, Punkt Ungroup. Wir führen das mal aus mit F8. Es gibt jetzt zwar keine Zeilengruppierung, aber wir kriegen hier auch keinen Fehler, weil das Ganze in dem OnErrorResumeNextStatement ist. Dann heben wir die Spaltengruppierung auf und setzen die Spaltengruppierung hier neu. Können wir auch einmal einklappen, das ist jetzt bis zum Juni und dann können wir es auch wieder ausklappen. So, wenn ich das Ganze hier einmal einklappe und jetzt führen wir unseren Code nochmal mit F8 aus. Und hier wird jetzt die Spaltengruppierung aufgehoben. Dann sehen wir, die Spaltengruppierung wurde zwar aufgehoben, aber die Spalten, die ausgeblendet waren, die sind immer noch ausgeblendet. Das heißt, es bietet sich an, bevor wir die Gruppierung aufheben bzw. entfernen, dass wir unsere Spalten komplett ausklappen. Und das können wir auch einmal machen. Wir gehen hier dazu mal auf Zurücksetzen im Code. Einmal blenden wir die Spalten händisch ein. Dazu markieren wir uns die Spalten und gehen hier einmal auf Einblenden. Und dann sagen wir hier Gruppierung ausklappen. Dazu gehen wir aufs Tabellenblatt, Tabelle 1, Punkt Outline und dort auf die Punkt Show Levels Methode. Die Show Levels Methode hat zwei Argumente, Row Levels und Column Levels. Und hier können wir eine Zahl von 1 bis 8 angeben, welches Level wir jetzt sehen möchten. Und das bleibt dann auch bestehen, nachdem das ausgeführt wurde. Das heißt, wenn wir danach gruppieren, dann bleibt dieses Level, das wir ausgewählt haben, das wird dann sichtbar. Damit wir die Gruppierung jetzt komplett ausklappen, schreiben wir hier für das Row Level 8 und wir machen das direkt auch mal für das Column Level. Wir führen unseren Code jetzt einmal mit F5 aus. Was er aktuell macht, ist, dass die Spalten gruppiert werden. Jetzt klappen wir das Ganze ein und jetzt führen wir unsere Prozedur nochmal mit F8 aus. Wir gehen hier also durch und jetzt wird das Ganze ausgeklappt. Dann wird die Gruppierung aufgehoben, damit sind dann auch wirklich alle Spalten eingeblendet und erst danach werden die Spalten dann wieder neu gruppiert. Das Ganze können wir nicht nur fürs Ausklappen machen, sondern auch fürs Einklappen. Das können wir direkt hier unten mal machen. Wir sagen Gruppierung einklappen. Wir gehen wieder auf Tabelle 1, Punkt Outline, Punkt Show Levels. Und jetzt können wir hier das Level bestimmen, wie weit das Ganze eingeklappt werden soll. Wir können jetzt hier zum Beispiel 1,1 sagen. Das heißt, alles wird wirklich maximal eingeklappt. Wir führen den Code weiter aus und dann sehen wir hier, wenn ich hier einmal F8 drücke, dann wird die Gruppierung wirklich eingeklappt. So, das Ganze soll jetzt weiterhin funktionieren, wenn der Blattschutz aktiviert ist. Und das können wir uns auch einmal angucken. Wir gehen im Menüband auf Überprüfen, sagen jetzt hier mal Blattschützen, OK. Die Excel-Oberfläche nehmen wir nochmal nach links und dann führen wir unseren Code aus mit F5. Und dann kriegen wir hier den Laufzeitfehler 1, 0, 0, 4. Und hier wird gesagt, das kann nicht ausgeführt werden, weil das Blatt geschützt ist. Wir können auch einmal debuggen, das ist direkt in der ersten Codezeile. Und meine Empfehlung hierfür ist, dass wir den Blattschutz, den heben wir am Anfang einmal auf. Wir sagen also hier Blattschutz aufheben, Tabelle 1.unprotect. Und dann möchten wir am Ende der Prozedur den Blattschutz wieder setzen. Das machen wir über Tabelle 1.protect. Jetzt haben wir hier ganz viele verschiedene Argumente, die wir übergeben können, je nachdem, wie der Blattschutz genau aussehen soll. Wir können das jetzt erstmal so belassen. Und dann können wir unseren Code mal ausführen. Der Blattschutz wird aufgehoben. Wir möchten die Gruppierung ausklappen. Das funktioniert jetzt auch wieder. Jetzt wird die Gruppierung aufgehoben oder entfernt. Und dann wird sie hier wieder neu gesetzt. Wir können die Gruppierung auch einklappen. Und am Ende möchten wir den Blattschutz wieder setzen. So, damit kriegen wir also Code ausgeführt, auch wenn wir einen Blattschutz gesetzt haben, bevor wir den Code ausführen. Allerdings kann der Benutzer mit der Gruppierung weiterhin noch nicht interagieren. Können wir uns auch einmal angucken. Aktuell ist das Blatt geschützt. Ich klicke jetzt mal auf das Pluszeichen und dann wird hier gesagt, das funktioniert bei einem geschützten Blatt nicht. Das können wir mit VBA umgehen. Und zwar, bevor wir den Blattschutz wieder setzen, sagen wir hier Benutzer Gruppierung erlauben. Und zwar gehen wir dazu auf Tabelle 1.enable.outlining ist gleich true. Und zusätzlich, wenn wir den Blattschutz setzen, müssen wir noch das Argument User Interface only übergeben. Doppelpunkt ist gleich true. Das erlaubt es uns dann wirklich, dass der Benutzer die Gruppierung auch verändern kann. Wir führen das Ganze also einmal durch. Der Blattschutz wurde jetzt mit den neuen Parametern neu gesetzt. Und jetzt probieren wir das Ganze aus, klicken auf das Pluszeichen und das Ganze funktioniert jetzt. Wir können das sowohl über das Pluszeichen als auch über die 1 und die 2 hier machen. Ein Nachteil davon ist, dass das User Interface only, das wird bei jedem Öffnen einer Datei zurückgesetzt. Das heißt, ich speichere die Datei jetzt mal ab, schließe sie einmal. Jetzt öffne ich die Datei nochmal. Und wenn ich jetzt versuche, das Ganze zu gruppieren, dann kriege ich wieder denselben Fehler. Und dieses Problem können wir umgehen, indem wir den Blattschutz immer setzen, wenn wir die Datei öffnen. Dazu gehen wir nochmal in die VBA-Oberfläche. Ich schiebe Excel nochmal nach links und die VBA-Oberfläche nach rechts. Ich mache den Projektexplorer nochmal groß, denn wir möchten jetzt auf diese Arbeitsmappe. Dort machen wir einen Doppelklick drauf. Links oben können wir das Objekt auswählen, mit dem wir arbeiten möchten, nämlich das Workbook-Objekt. Und das Standard-Event oder Ereignis dazu ist immer das Open-Ereignis. Und das wird immer dann ausgeführt, wenn die Datei geöffnet wird. Und jetzt sagen wir hier, wir können uns den Code eigentlich direkt aus Modul 1 nehmen. Wir möchten dem Benutzer die Gruppierung erlauben und wir möchten den Blattschutz wieder setzen. Ich kopiere also diese beiden Codezeilen. Wir gehen in diese Arbeitsmappe. Ich füge das hier einmal ein. Wir speichern das Ganze nochmal. Schließen die Datei nochmal. Öffnen die Datei. Diese Prozedur wurde jetzt schon ausgeführt. Und wir können jetzt hier auch wieder gruppieren, obwohl der Blattschutz gesetzt ist. Das können wir uns auch einmal angucken im Menüband auf Überprüfen. Und dann sehen wir hier, wir können den Blattschutz aufheben. Das heißt, er ist aktuell gesetzt. Und wenn dich nicht nur interessiert, wie du so einen Report gruppieren kannst, sondern wie du den auch erstellen kannst, indem du zum Beispiel Daten aus einer anderen geschlossenen Arbeitsmappe holst, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Ich wünsche dir alles Gute beim Umsetzen, noch einen sehr schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.